Herzlich willkommen zu einem Videotutorial der Universitätsbibliothek Klagenfurt. Wir zeigen Ihnen heute das Hauptmenü in unserem Online-Katalog Surf at UBK und wie Sie dieses nutzen können. Ausgangspunkt ist die Homepage der Universitätsbibliothek. Sie gelangen zu unserem Online-Katalog, indem Sie Literatursuche Surf at UBK auswählen. Es öffnet sich die Startseite des Online-Katalogs. Direkt über der Suchleiste befindet sich das Menü, welches zusätzliche Funktionen und erweiterte Recherchemöglichkeiten bietet. Die neue Suche ist voreingestellt und entspricht der Startseite in Surf at UBK. Direkt daneben befindet sich der Button E-Zeitschriften suchen. Wählen Sie diesen aus. Auf der nun geöffneten Seite können Sie nach elektronisch verfügbaren Zeitschriften suchen, indem Sie entweder den Titel oder die ISSN-Nummer einer Zeitschrift ins Suchfeld eingeben oder alle verfügbaren Zeitschriften alphabetisch durchsuchen. Verwenden Sie das Suchfeld, um einen bestimmten Titel zu suchen. Nach Stichwörtern kann hier nicht gesucht werden, ausschließlich nach Zeitschriften Titeln. Ich suche nach Zeitschrift für Psychologie und bestätige entweder mit der Enter-Taste oder dem Lupensymbol neben der Suchleiste. Sie erhalten eine Trefferliste und durch das Auswählen von Verfügbare Online-Inhalte werden Sie direkt zur Verlags-Homepage der Zeitschrift weitergeleitet, wo Sie die einzelnen Artikel und Ausgaben downloaden können. Wir wechseln wieder zurück in den Online-Katalog und sehen uns die nächste Auswahlmöglichkeit an. Wählen Sie den Button Index-Suche, um nach Verfassern oder Signaturen zu suchen. Im Dropdown-Menü können Sie die gewünschte Suche auswählen. Wählen Sie Verfasser, können Sie nach Namen von Autoren und Autorinnen suchen. Ich suche nach Musil und bestätige mit dem Lupensymbol. Sie erhalten nun Treffer zu Ihrem Suchbegriff und außerdem die Information, wie viele Datensätze zu den jeweiligen Treffern vorhanden sind. Wenn Sie nun den passenden Namen auswählen, erhalten Sie eine Ergebnisliste mit allen Medien, welche als Verfasser Musil haben. Sollten Sie Medien mithilfe der Signatur, also der Medien- bzw. Buchnummer suchen wollen, dann wählen Sie im Dropdown-Menü Signaturen aus. Die Signatur setzt sich zusammen aus einer römischen Ziffer, was der Formatangabe des jeweiligen Mediums entspricht, und einer meist sechsstelligen Kombination arabischer Ziffern. Geben Sie nun die Nummer und die Formatangabe in das Suchfeld ein. Vergessen Sie nicht auf das Leerzeichen zwischen der römischen Ziffer und der Nummer. Ich suche nach Römisch 1 133 174 und bestätige. Durch das Auswählen des Titels gelangen Sie in die Detailansicht mit allen wichtigen Informationen, um das Buch innerhalb der Bibliothek zu finden. Der nächste Punkt im Menü ist die österreichweite Suche. Wenn Sie diese auswählen, werden Sie zur Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes weitergeleitet und können hier in den Beständen aller Einrichtungen recherchieren, die Teil des Österreichischen Bibliothekenverbundes sind. Dies ist zum Beispiel für die Fernleihe wichtig, also wenn Sie Bücher aus anderen Bibliotheken bestellen möchten. Wie genau der Fernleihevorgang und auch die Bestellung funktionieren, zeigen wir Ihnen in einem weiteren Videotutorial. Wir kehren zu unserem Online-Katalog zurück und wählen den nächsten Punkt im Menü aus, welcher eine Hilfeseite beinhaltet, die Ihnen Hilfestellungen zur Benützung des Online-Katalogs anbietet, wie zum Beispiel zur Benützung des Bibliothekskontos. Nutzen Sie zusätzlich außerdem unsere weiteren Videotutorials rund um den Online-Katalog, die Sie auf der Seite unseres YouTube-Kanals finden. Wir kehren noch einmal in den Online-Katalog zurück. Der letzte Punkt ist die Fernleihebestellung. Dieser ist nur für registrierte und im Bibliothekskonto eingeloggte Personen verfügbar. Sobald Sie diesen auswählen, werden Sie zum Fernleiheformular weitergeleitet, mit welchem Sie eine Bestellung aufgeben können. Noch Fragen? Wenden Sie sich an unseren Informationsschalter unter der Adresse info.bibliothek.at. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!